Hallo Leute! Willkommen bei diesem LS22 News Video. Es wird ein neues Pack geben, ein neues DLC. Endlich, endlich ist es mal wieder soweit. Und das wird diesmal kein Fahrzeugpack, sondern es nennt sich Farm Production Pack. Und es wird auch nicht direkt von Giants gemacht. Natürlich wird es von Giants gepublished. Aber es wird von einem holländischen Modding Team gebaut. Es ist also ein Drittanbieter-DLC, so wie Pumps & Hoses von Creative Mesh ist das jetzt auch von einem Modding Team zusammengestellt. Und es dreht sich, wie ihr euch sicher denken könnt, um Produktionen und auch um Logistik und so. Also ich würde sagen, es ist mehr Logistik als Produktion. Den Ankündigungsblocktext habe ich jetzt aktuell hier nur auf Englisch. Ich werde euch das so grob sinngemäß übersetzen, damit ihr das Wichtigste schon mal wisst. Und wenn ihr das hier seht, gibt es diesen Text bereits auf der Farming Simulator Webseite. Im Originaltext natürlich auch auf Deutsch. Ich nehme das halt jetzt ein bisschen vorher auf. Darum habe ich noch nicht, ist die deutsche Blogseite da noch nicht zu sehen. Ja, also erstmal geht es darum, dass man halt seinen Landwirtschaftsbetrieb geschmeidig und nachhaltig laufen lassen will oder soll. Und da muss man sich dann auch um die Logistik kümmern und um Ressourcenmanagement und so weiter. Und das Modding-Team Dutch Modding Incorporated nennt sich jetzt ein bisschen anders, aber ist immer noch DMI. Und ja, in Kooperation mit Giants hat dieses Pack rausgebracht. Es gibt da allerlei Gebäude, so ein paar Sachen, die halt mit Handel und Wandel zu tun haben. Und es gibt auch Fahrzeuge, die auch in die Richtung gehen. Und das Pack kommt raus am 30. April für PC und Konsolen. Und man kann es jetzt schon vorbestellen. Und unter diesem Video findet ihr einen Link in der Infobox. Wenn ihr das über meinen Partner-Link bestellen wollt, dann freue ich mich sehr. So, jetzt gucken wir mal weiter. Die Bilder gucken wir später noch in groß an. Jo. Hier sieht man so einen Handelsvorgang mit einem Frontlader, der eine Palette transportiert. Es gibt insgesamt mehr als 20 neue Maschinengebäude, Verkaufsstationen und mehr, um seinen Betrieb zu erweitern. Und das geht sozusagen von klein bis groß. Man kann hier auch neue Solarzellen kaufen. Und die haben sogar eine automatisch eingebaute Reinigungsmaschine. Das dürfte so ein Highlight im Punkto Gameplay sein. Dann gibt es hier so einen kleinen Schuppen. Ich nehme mal an, dass das vielleicht eine Verkaufsstation ist. Oder vielleicht auch eine Produktion. Das ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Aber wir werden es sehen. Und dann gibt es einen großen Bauernmarkt, wo man seine Sachen verkaufen kann. Und ich denke mal, das ist auch ein großer Bauernmarkt. Ist ja auch ganz schön. Dann sieht man mal andere Gebäude. Weil wir haben eigentlich fast immer die gleichen Bauernmärkte auf den Karten und in unserem Gameplay. Die werden dann natürlich nicht auf Karten verbaut, sondern die kann man sich selber auf die Karte stellen, auf der man gerade spielt. Und hier ist so ein Marktplatz. Das hier ist jetzt mehr so für Brotsachen mit den Baguettes und Leckereien, die es in Obelron so gibt. Und hier gibt es die Möglichkeit, Kartoffeln zu waschen. Das ist auch neues Gameplay im Prinzip mit einer schicken Maschine. Und hier werden mit dem VDW Cleaner Tiger Zuckerrüben gewaschen und geschnitten. Und wenn man dann einen großen Hof hat, dann kann man sich hier sein. Distributionscenter aufstellen. Also so einen richtigen Logistikbetrieb hier mit mehreren Toren für seine LKWs und so. Spielen ja relativ viele, spielen gerne so im großen Stil mit Logistik und so. Da ist sowas dann natürlich optimal. Okay, jetzt gucken wir uns mal die Bilder an. Und ja, da sehen wir alles noch mal ein bisschen groß. Hier, da steht Farmwendi. Ich nehme an... Warte mal, Farmwendi würde normalerweise Verkauf heißen. Aber man sieht lauter Feldfrüchte mit Wassertropfen. Und vielleicht kann man da seine gewaschenen Karotten und Kartoffeln und so weiter verkaufen. Auf mich wirkt so ein bisschen wie so ein kleiner Hofladen. Aber sieht so aus, als könne man da nicht reingehen, sonst hätte man ein Bild vom tollen Inneren. Und ja, aber ein nettes, schnuckeliges Gebäude. Und hier, da sieht man rechts diesen Marktstand mit den Brotsachen. Oh, und da sind noch mehr Marktstände, die mehr so ein Stoffdach haben. So ähnlich wie die Marktstände, die ich auch bei einigen Packs dabei habe. Und... also die ich bei meinen Mods bei einigen Packs dabei habe. Und ja, der bringt hier irgendwas an. Apropos meine Packs. Ich habe hier ein großes Hofproduktionspack. Das nennt sich auf Englisch Farm Production Pack. Und das soll ich jetzt wahrscheinlich umbenennen. Weil das genauso heißt wie dieses DLC. Und es ist auch ein großes Produktionspack mit Verkaufsstationen und allem möglichen Pipapo. Und mit neuen Früchten, die man produzieren kann und so weiter und so fort. Gibt es schon lange dieses Farm Production Pack. Auf Deutsch heißt es Hofproduktion Pack. Und ja, das werde ich wohl umbenennen. Fand ich ganz lustig. Ich habe mich der Lisa Tan heute kontaktiert, damit ich dann nicht überrascht bin. Und darum bin ich jetzt schon mal vorbereitet. Das hier ist der Gebäckstand. Da läuft an das Wasser im Mund zusammen. Hier sehen wir die Kartoffelwaschanlage. Aber vielleicht kann man damit auch andere Sachen waschen. Und hier die Solarzellenreinigungsanlage. Und da das große Logistikzentrum. Hier, das ist die Sache, wo sie dazu geschrieben haben, dass man die Zuckerrüben reinigt. Aber das sieht jetzt für mich eher aus wie eine Werkstatt. Aber irgendwo kann man auch Zuckerrüben reinigen und schneiden. Und das hier ist einer dieser Farmstores. Und noch einen. Ja, hier das Innere vom Logistikzentrum. Da kann man dann seine ganzen Paletten rumstapeln. Und jetzt ist das Ganze nochmal quadratisch. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Okay, ja, gehen wir mal zu einem der hübschesten Bilder für meine abschließenden Jubelworte. Jo, also ich freue mich sehr. Erstens, dass endlich mal wieder was kommt für den LS22. Und ich persönlich finde es auch gut, dass es mein Pack ist, das nicht den Schwerpunkt auf Fahrzeuge hat. Weil, ja, ich finde die Fahrzeuge toll und ich weiß, die sind das Wichtigste am LS. Aber ich bin eigentlich mit Fahrzeugen schon mehr als ausgestattet. Und finde es cool, dass jetzt auch so, ja, Gebäude und andere Sachen mal in DLC kriegen. Das gefällt mir daran ganz gut. Und was ich mir auch gedacht habe ist, hmm, wenn man mit sowas ein Drittanbieter-DLC machen kann, ja, bis auf die verschiedenen Maschinen könnte ich sowas auch, müsste ich mir nur mal, ich meine, Farmproduktion ist jetzt gelaufen. Aber vielleicht fällt mir da mal was Cooles ein. Und dann bewerbe ich mich auch für sowas. Weil da kann man bestimmt mehr mit verdienen als mit einem ganz normalen Mod. Egal wie groß der Mod ist und egal wie viel Arbeit er gemacht hat. Jo, aber ich denke mal, für den LS22 wird es auf jeden Fall nichts mehr. Weil wahrscheinlich, ich nehme an, dass es dieses Jahr dann den nächsten LS gibt. Aber davon weiß man noch gar nichts. Darum, ja, wenn dann für den nächsten LS. Oder ich mache gleich mal ein eigenes Spiel. Das will ich ja sowieso machen. Okay, gut. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr hier von diesem Pack haltet. Und ob euch das interessiert, ob ihr euch das anschaffen wollt, das wird mich sehr interessieren. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!